Eigelb. Dein Lieblingsessen. Du brauchst keine Angst zu haben. So eine Operation tut gar nicht weh. Ich hatte auch mal eine. Am Blinddarm. Dass sie dich auch schnippeln, das kriegst du gar nicht mit. Wenn du wieder aufwachst, ist alles wieder Roger. Ich weiß, dass auch noch Reste kriegen. Aber weil T-Rex heute einen echt miesen Tag hat... Probier's. Ich esse das auch gleich als Rührei, okay? Wir können diese Operation nicht machen lassen. Ich hab mit der Tierärztin telefoniert. Fast 600 Euro. Das gibt meine schmale Rente nicht her. Wenn er nicht operiert wird, stirbt er. Und dein Vater kann so eine Summe so mal ganz nebenbei auch nicht aufbringen. Als Fernfahrer. Und wenn ich nichts zum Geburtstag kriege? Und nichts zu Weihnachten? Auch nächstes Jahr? Und übernächstes Jahr? Tobias, die Ärztin hat aber auch gesagt, dass bei der OP viel schief gehen kann. Willst du, dass sein Tierchen leidet? Sagst du doch nur, wer ihr zu geil ist, ich seid, um T-Rex zu retten. Soweit, das ist ja. Ogres zu